Der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main nehmen die USA eine Sonderstellung ein. Der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main nehmen die USA eine Sonderstellung. Der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main nehmen die USA eine Sonderstellung. Der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main nehmen die USA eine Sonderstellung. Der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main nehmen die USA eine Sonderstellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017